Musik Eine super Location, wird sicherlich eine super Party, eine super Stimmung. Jetzt im Flutlichtspiel am Abend wird es wirklich klasse. Wenn ich hier reinkomme, dann wäre es kühl heute Abend. Im Zelt wäre es bestimmt 20, 30 Grad wärmer gewesen. Es ist wunderbar, herrlich, das Ambiente ist gut. Mit der Terrasse passt es wunderbar. Mir gefällt es hier schöner oder besser als im Zelt. Ein super Umbau, die Gestaltung ist klasse gelungen, kann man nicht sagen. Ich habe die Mannschaft gesehen, ich habe die Spieler mit manchen gesprochen und so weiter. Ich kenne den Christian Aichner gut, von früher. Und ich finde, jetzt ist es immer wieder so eine Aufbruchstimmung. Irgendwo, ich schaue wieder an eine Mannschaft, die etwas erreichen will. Die einfach auch eine Mannschaft wird und auch ein Team wird, die einfach auch losgeht. Ich kenne einige Spiele und die Stimmung in der Mannschaft ist anscheinend gut. Die Vorfreude, der Fans ist groß. Es ist eine Euphorie da. Also ich glaube, das wird eine gute Saison. DFB-Pokal, erste Runde. Karlsruhe SC gegen Bayer Leverkusen. Ich freue mich auf einen vollen Wildpark. Ich hoffe, ihr seid dabei.